Die meisten von Ihnen kennen womöglich die Polarisierungen und Diskussionen, die rund um die Gegenüberstellung von Mensch und Maschine als auch um die Verwendung von Robotern kursieren. Wird die menschliche Arbeitskraft nicht mehr gebraucht oder kann der Einsatz von Technologien wie künstliche Intelligenz und Algorithmen auch schlichtweg arbeitserleichternd sein? Im folgenden Video wird unter anderem diese Frage aufgegriffen und im Kontext digitalisierter Text- und Bildproduktionen diskutiert. Ja und abschließend für Block 4 möchte ich nochmals folgende Fragen aufwerfen. Es sind einige Fragen dabei, die wir uns schon vorab gestellt und beantwortet haben. Nichtsdestotrotz Frage 1, wie setzt Nachrichtenjournalismus digitale Werkzeuge ein? Und Frage 2, welche Veränderungen entstehen durch KI-Systeme im Nachrichtenjournalismus? Abschließend Frage 3, können Roboter Journalisten ersetzen? Wenn ja, geht dabei Qualität verloren. Ich kann diese Frage 3 jetzt vorab schon beantworten, indem ich sage ja. Roboter werden Journalisten ersetzen in Teilbereichen der journalistischen Welt. Qualität geht dabei aber auch verloren. Und das ist sozusagen das Dilemma, auf das wir uns fokussieren müssen. Welche Werkzeuge setzt Nachrichtenjournalismus ein aus der KI-Welt? Für den Kommunikationswissenschaftler Julius Reimer gehört Künstliche Intelligenz zur Zukunft des Journalismus. Bei der aufwändigen Recherche etwa zu Steuerschlupflöchern durchsuchte ein Algorithmus über 11 Millionen Dokumente. Also eine Arbeit, die nie und nimmer von einem Journalisten selbst erledigt werden könnte. Es gibt aber auch Phänomene, wo bereits in China Nachrichtensprecher von künstlicher Intelligenz gesteuert sind, sogenannte Deepfake-Sprecher. Das soll sozusagen als Gegenteil von KI-Systemen, wie wir sie im Nachrichtenjournalismus gerne sehen möchten, genannt werden. KI-Systeme und KI-Software filtert auch Hasskommentare aus den sozialen Medien heraus und bei Spiegel Online ist es beispielsweise schon so, dass dort KI-Systeme Artikel verlinken und Audioaufnahmen transkribieren, was den Journalisten auch viel Zeit erspart. Welche Veränderungen entstehen durch die KI-Systeme im Journalismus? Nochmals, eine BBC-Studie hat zuletzt gezeigt, dass im Jahr 2026, also schon in fünf Jahren, 90 Prozent aller Nachrichtentexte von Computern verfasst werden sollen. Bereits heute erstellen schon Maschinen, wie wir wissen, im Bereich Börse, Sportberichte, Wetterberichte, Nachrichten und Texte. Und meist befüllen sie dabei aber auch erst Tabellen. Man muss sehen, wie weit sich das in der nächsten Zeit dann noch verändern wird. KI ist auch in der Lage, Artikel zu erstellen, die nicht mehr zweifelsfrei von denen von Menschen geschriebenen zu unterscheiden sind. So könne die künstliche Intelligenz etwa zum Thema Brexit schreiben, erfundene Zitate inklusive oder journalistische Kommentare mit plausiblen Argumentationsketten liefern. Mit maschineller Hilfe könnte man zum Beispiel Argumentationslinien vorsortieren oder Meinungsführer zu gewissen Themen ausfindig machen. Die These von Mensch gegen Maschine finden viele Wissenschaftler, die sich mit KI und Journalismus befassen, aber auch zu polarisierend zuweilen. Die Frage, die man sich eher stellen sollte, mit Hilfe welcher Maschinen wird der Journalist in Zukunft seinen Job machen und wie wird sich seine Arbeit dadurch verändern? Wie gesagt, ein Negativbeispiel für den Nachrichtensektor, wo es zum Einsatz von KI-Systemen insofern gekommen ist, als dort diese Technologie auch in der Berichterstattung Fuß gegriffen hat. In China erprobt man die staatliche Nachrichtenagentur bereits den Einsatz von KI-gesteuerten Sprechern und das ist natürlich für viele Menschen hierzulande noch sehr undenkbar und verstörend. Hierzulande ist es dann wirklich wieder so, dass man sagen muss, nur jeder Fünfte kann tatsächlich aus der deutschen Bevölkerung, muss ich jetzt dazu sagen, befürwortet tatsächlich den Einsatz von KI in den Medien. Man vermutet auch so die Umfrageergebnisse, dass sich durch den Einsatz von KI kaum journalistische Qualität verbessert. Wichtig ist auch für die Bevölkerung, ob sich auch die Transparenz im Arbeitsprozess steigert und auch die Pressefreiheit von KI-Systemen verbessert werden soll. Der Meinungsmonitor Forsa wiederum, den ich hier erwähnen darf, bildet hier sehr skeptische Stimmen aus der Bevölkerung ab. Die Steigerung der Meinungs- und Themenvielfalt wird ebenfalls nur von wenigen Menschen aus der deutschen Bevölkerung durch KI-Systeme erwartet. Selbst mehr Objektivität traut nur ein kleiner Teil der Befragten den Maschinen zu. Etwa ein Viertel der Befragten erwartet immerhin, dass durch den Einsatz von KI die von ihnen konsumierten Medien ihre Kontrollfunktion besser ausüben können. Also wirklich wichtig auch zu nennen, dass man befürchtet, dass Medien insgesamt durch den Einsatz von KI mächtiger werden. Auf der anderen Seite möchte man sich das ja auch wünschen, um die Kontrollfunktion über Gesellschaft insgesamt wieder verstärkt auszuführen. Ich möchte gerne abschließend folgende kritische Beobachtung mit Ihnen teilen. Künstliche Intelligenz, Big Data wird sehr wohl die Medienindustrie verändern, journalistisches Arbeiten verändern, die Rollen der Journalisten, Journalistinnen verändern und Verleger vor neue Herausforderungen stellen. Meine abschließende Bewertung wäre, bitte stellen Sie sich diesen Herausforderungen aktiv, nehmen Sie die neuen Möglichkeiten an, ergreifen Sie die Chancen, die diese Technologien bieten. Und wägen Sie als Nutzerinnen und Nutzer sehr kritisch die Möglichkeiten ab, die über die KI-Systeme und Big Data Systeme zur Veränderung von Medieninhalten und zum Medienkonsum führen werden. Also, wir haben Chancen und Herausforderungen abzuwägen und letztendlich sollten wir doch mit einem positiven Blick in die Zukunft werfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.